Beim Erstellen guter Fotos spielen viele Faktoren eine Rolle. Grundlegend wichtig ist aber, dass man seine Kamera versteht und die wichtigsten Einstellungen kennt. Und genau darum geht's in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil Fotografieren lernen auf diesem Kanal. In Zukunft wird es auch noch um weitere Themen, zum Beispiel Fotobearbeitung, die richtige Kamera oder wie man richtig gute Fotos schießt gehen. Heute werde ich wie gesagt die grundlegendsten Kameraeinstellungen vorstellen, die es auch fast bei jeder Kamera gibt. Ich werde sie jetzt aber erstmal am Beispiel der Sony Alpha 6000 zeigen, aber die sind so grundlegend, ihr werdet die auch auf andere Kameras übertragen können. Dabei werde ich erklären, wofür diese Einstellungen gut sind. In folgenden Videos werdet ihr noch herausfinden, in was für Situationen ihr welche Einstellungen benutzen solltet. Wir starten mit zwei grundlegenden Einstellungen, die wirklich fast alle Kameras haben. Und das sind einmal die Bildgröße und das Seitenverhältnis. Das klingt natürlich erstmal wahnsinnig kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Die Bildgröße besagt, wie groß ein Bild ist, also wie viele Pixel es enthält. Wenn ihr mehr Pixel in einem Bild habt, habt ihr eine bessere Bildqualität, weil ihr mehr Details darstellen könnt. Weniger Pixel verbraucht aber natürlich auch weniger Speicherplatz. Die Pixel sind dabei in Megapixel angegeben. Bei der schon angesprochenen Sony Alpha 6000 sind zum Beispiel 24 Megapixel das Maximum, was man bei Fotos einstellen kann. Auch das Seitenverhältnis ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das gibt es zum Beispiel auch bei Computerbildschirmen, da könnte es der eine oder andere herkennen. Es besagt aber einfach, in welchem Verhältnis das Bild aufgenommen wird. Bei 16 zu 9, dem Standardverhältnis von Videos und vielen Bildschirmen, steht das Bild im Verhältnis von 16 Pixeln in der Breite zu 9 Pixel in der Höhe. Das rechnen wir dann natürlich noch auf die entsprechenden Pixelanzahlen hoch. 16 zu 9 ist zwar grundlegend ein gutes Seitenverhältnis. Bei Kameras wie meiner Sony Alpha 6000 lohnt es sich aber öfters, den 3 zu 2 umzustellen, weil man da einfach mehr Pixel im Bild hat. Das 16 zu 9 Bild ist hier nämlich nur ein Ausschnitt aus dem 3 zu 2 Bild. Wenn man dann doch ein 16 zu 9 Bild haben will, kann man sich nachher noch ein 16 zu 9 Bild aus dem 3 zu 2 Bild schneiden. Das hat immer noch die gleichen Pixel wie beim 16 zu 9 Bild, als wenn man es normal schießt. Aber man kann natürlich erstmal die Pixel von 3 zu 2 mitnehmen. Das sind bei der Alpha 6000 nämlich zum Beispiel 24 Megapixel, bei 16 zu 9 sind nur 20 Megapixel möglich. Weiter geht es mit der Bildqualität. Das ist eigentlich ein schnell erklärtes Thema. Die Bildqualität zeigt an, in welcher Qualität das Bild aufgenommen wird. Bei einer höheren Bildqualität hat man im Nachhinein noch mehr Möglichkeiten bei der Bearbeitung und man hat generell ein besseres Bild. Zwei bekannte Bildqualitäten oder auch Formate, in denen das Bild quasi gespeichert wird, sind JPEG und RAW. JPEG ist die Standardbildqualität bei vielen Kameras und wird auch sehr oft benutzt. Da macht ihr nicht nichts falsch. Ihr könnt es gut angucken, es verbraucht nicht ganz so viel Speicherplatz, weil es einen recht schlauen Codec hat. Und ja, ihr bekommt auch ein gutes Bild raus. Wenn ihr mehr professionell arbeiten wollt, dann ist RAW auch was für euch. Dabei habt ihr nämlich mehr Spielraum bei der Bearbeitung im Nachhinein. Es fallen aber auch wesentlich größere Datenmengen zum Speicherplatz an. Bei vielen Kameras ist es durchaus auch möglich, beides aufzunehmen, also JPEG und RAW. Dann habt ihr das JPEG zum schnellen Angucken und das RAW zum Bearbeiten. Jetzt geht es weiter mit den Belichtungseinstellungen, also fast die wichtigsten Einstellungen einer Kamera. Es gibt drei wichtige Belichtungseinstellungen. Die werde ich euch jetzt einmal nacheinander vorstellen. Und jeder, der wirklich fotografieren lernen will, also auch im Manuellmodus und nicht einfach im Automatikmodus, so wie es auch ein Handy immer macht, der sollte diese Einstellungen auch wirklich kennen und im Nachhinein noch gut beherrschen. Und wir starten jetzt mit der ersten Einstellung und das ist die Blende. Die Blende beschreibt im Allgemeinen, wie viel Licht das Objektiv auf den Sensor lässt. Viel Licht ergibt logischerweise ein helleres Bild und wenig Licht ein dunkles Bild. Blendenwerte gibt man mit einem kleinen f und danach einer Zahl, zum Beispiel 2,8 an. Zahlen wie f22 sind eher sehr geschlossene Blenden, wobei Zahlen wie f2.8 eher offene Blenden, also ein helleres Bild, sind. Als nächstes geht es weiter mit der zweiten Belichtungseinstellung. Das ist nämlich die Verschlusszeit. Die Verschlusszeit gibt nun an, wie lange das Licht, was ihr mit der Blende eingestellt habt, wie viel es ist, nun auf den Sensor gelassen wird. Desto länger ein Bild belichtet wird, desto heller wird es logischerweise auch. Die Verschlusszeit gibt man in Sekunden oder wohl eher Sekundenbruchteilen an. Eine Verschlusszeit von einer 4.000 Sekunde ist beispielsweise sehr kurz. Ihr bekommt also ein vergleichsweise dunkles Bild. Andersrum bei einer Verschlusszeit von einer 50. Sekunde, da habt ihr eine relativ lange Verschlusszeit. Ihr bekommt ein vergleichsweise helles Bild. Die dritte Einstellung heißt ISO. ISO bestimmt, mit welcher Empfindlichkeit der Sensor auf Licht reagiert und wirkt somit auch natürlich auf die Helligkeit eures Bildes ein. Eine ISO von 100 ist beispielsweise sehr gering. Der Sensor reagiert also nicht so empfindlich auf Licht und ihr bekommt ein eher dunkles Bild. Eine ISO von 16.000 ist sehr hoch. Der Sensor reagiert also empfindlich auf Licht und ihr bekommt ein helles Bild. Doch ich würde bei der ISO auf jeden Fall aufpassen, dass ihr sie nicht zu hoch einstellt, weil je empfindlicher der Sensor auf Licht reagiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Rauschen im Bild habt. Und das sieht nie schön aus. Man kann mit diesen drei Belichtungseinstellungen ein Bild sehr gut belichten. Und die stehen natürlich auch in Verbindung zueinander. Wenn ihr zum Beispiel eine sehr offene Blende habt, dann müsst ihr keinen so offenen ISO haben und auch keine so lange Verschlusszeit. Und ihr könnt es natürlich auch noch weitermachen. Jetzt kommen kleinere, aber auch sehr wichtige Kameraeinstellungen. Und da fangen wir direkt mal mit dem Weißabgleich an. Der Weißabgleich gibt an, wie warm oder kalt ein Bild aussieht. Er bestimmt also, wie weiß in dem Bild aussieht und bestimmt quasi den Weißwert. Möglich ist es natürlich erstmal am Anfang, den Weißabgleich auf Auto zu lassen. Die Kamera entscheidet dann, was gut für das Bild ist. Wenn ihr mit der Weißabgleich Auswahl der Kamera nicht einverstanden seid, dann müsst ihr natürlich zur manuellen Bedienung umschalten. Hier könnt ihr entweder die Farbtemperaturen Kelvin auswählen oder vorgefertigte Presets quasi. Zum Beispiel Wolk, Sonnig, Leuchtstrahler, Kaltweiß etc. auswählen. Weitere wichtige Kameraeinstellungen betreffen den Fokus. Der Fokus bestimmt, welches Objekt im Bild scharf gestellt wird. Es gibt meistens verschiedene Fokus-Modi. Zum Beispiel Manuellfokus, Einzelbildautofokus, Nachführautofokus oder so weiter. Beim Manuellfokus fokussiert ihr zum Beispiel ganz manuell. Das heißt, ihr stellt am Ring vom Objektiv meistens ein, welches Objekt scharf gestellt wird. Beim Einzelbildautofokus stellt die Kamera alles automatisch ein. Ihr könnt dann durch einfaches Drücken vom Auslöseknopf den Fokus setzen. Beim Nachführautofokus könnt ihr mit dem Drückenknopf beim Auslöser quasi einen Fokus setzen und könnt die Kamera dann zur Seite bewegen. Das Objekt wird trotzdem noch im Fokus bleiben. Aber das sind jetzt auch nur ein paar Beispiele. Es gibt dann auch wesentlich mehr Fokus-Modi. Darüber hinaus kann man auch das Fokusfeld für den Autofokus wählen. Also in welchem Bereich der Fokus gesetzt wird. Es gibt große, kleine oder am Rand stehende Fokusfelder. Hier ist wirklich alles möglich. Meistens könnt ihr das Fokusfeld auch noch flexibel auf der Kamera versetzen. Und in vielen Kameras gibt es auch noch mehr Einstellungen, wie zum Beispiel Farbrauen, Blitzeinstellungen oder den Kreativmodus. Die würden für dieses Video allerdings viel zu sehr ins Detail gehen. Wenn ihr ein ganz genaues Video zu den Einstellungen haben wollt, zu noch mehr Einstellungen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Davon ab gilt es natürlich auch, dass die Einstellungen pro Kamera teilweise stark variieren. Bei diesen Einstellungen sollte es aber nicht sein, das sind sehr grundlegende und es war auch nur ein grober Überblick. Aber ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Rumprobieren mit den Einstellungen. Damit könnt ihr schon viel anfangen. Bis zum nächsten Video und ciao.